Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Not-So-Barry-Challenge. Ja, es ist noch früh am Morgen. Unsere kleine Kira ist gerade aufgewacht und der Papa füttert sie erst mal. Bevor es aber losgeht, möchte ich dir herzlich danken, dass du dir dieses Video anschaust. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Falls das noch nicht geschehen ist, dann lass mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Das hilft nämlich in meinem Video sehr stark bzw. das pusht meinen Kanal so richtig voran. Warum sind denn hier nur zwei Schränke? Hier waren doch drei. Das muss ich mal kurz beheben oder ist das nicht eingeblendet? Doch. Hier waren drei. Manchmal verschwinden die Sachen nämlich wieder ins Haushaltsinventar, aber diesmal scheinbar nicht. Das finde ich so blöd, dass die hier meine Dekoration wieder zerstören. So, und machen wir hier noch kurz Deko wieder rein. Also, das geht ja gar nicht, dass hier meine Sachen auseinandergenommen werden. Was hatten wir da denn für Deko drin? So, ich glaube, sowas war drin. So, ja, und wie ihr seht, habe ich auch Kiras Zimmer endlich gebaut. Und habe hier ein Flur angehangen und unten das gleiche, nur halt mit dem Arbeitszimmer, was wir aber noch nicht fertig bauen konnten, weil er uns das Geld ausgegangen ist. Ja, ich habe hier Gerets Studiengebühren ausgegeben. Nicht so schlimm, er kann ein Stipendium beantragen. Ich dachte mir, ja, dann müssen die halt das in Anspruch nehmen. Ist kein Weltuntergang. Ja, leg die kleine Maus da rein. Die sollte eigentlich auch bald älter werden. Ich dachte mir, vielleicht heute noch bleibt sie ein kleiner Säugling. Und wir schauen mal, wie weit wir bei ihr kommen, damit sie hier ein bisschen vorwärtskommt. Und Papa putzt das erstmal und weil sie gerade so fit ist, kannst du dann mit ihr Bauchzeit verbringen. Da lernt sie halt die wichtigen Motorikfähigkeiten und kann weitere Meilensteine freischalten. Und wenn sie dann halt, ja, recht gut das macht, oh, sie berührt ihre Füße, dann hat sie natürlich schöne Erinnerungen an ihre frühe Kindheit. Greifen hat sie gerade gelernt. Super, und jetzt wird der Papa mit ihr noch ein bisschen üben. Ja, heul nicht rum hier. Was machst du, Kleiner? Oh, du bringst den Müll raus, Jared. Was bist du für ein liebes Kind? Und der muss dringend aufs Klo. Geht da wild abknödel. Alle sind Wehrwölfe übrigens, alle außer Papa. Oh, sie hat es geschafft, den Kopf anzuheben. Wie süß. Und ich habe hier noch eine Schaukel auch hingestellt. Und eine Rutsche für die kleine Maus. Und ganz oben, tada, ich habe hier eine Trasse gebaut. Ist auch noch nicht fertig, wir haben kein Geld mehr, wie gesagt. Und hier, unsere Schüssel ist kaputt. Oh, fünf Hunder kostet das zum Ersetzen. Der Blitz ist da offenbar eingeschlagen. Warum gibt es eigentlich keine Blitzableiter? Ja, und hier ist ein kleines Fernrohr für Jared oder auch die Kira, wenn sie älter ist. Dachte ich, dass sie so ein kleines Hobby abends haben. Und hier eine Grillmöglichkeit ist auch hübsch. Ja, und ihr habt es vielleicht gesehen, hier steht ein Baum, wo wir ein Baumhaus bauen können. Das würde ich auch gerne machen. Der Jared braucht aber... Ach so, Spaß, wollte ich gerade sagen. Nee, der muss zur Schule. Minza, du? Du bist traurig. Ja, irgendjemand ist gestorben, den sie gekannt hat. Er ist aber nur ein Bekannter gewesen. Er ist ein richtiger Freund. Und jetzt ist sie voll traurig. Was hast du, Kira? Hast du in die Windel gemacht? Nö. Du heisst, weil du müde bist. Ah, du musst zur Arbeit. Entschuldigung. Ja, geht zur Arbeit. Minza hat eine neue Karriere. Nicht wundern, es kam letztens, als ich vorbereitet habe, kam ein Anruf. Und da wurde eher ein Job auf der Stufe 5 angeboten. Und das ist ein bisschen besser, als wir bei der Unterrichtskarriere waren. Deswegen habe ich das angenommen. Ich dachte, das passt auch zu Minza. Sie ist jetzt in der Technik-Guru-Karriere und ist direkt als Projektmanagerin eingestellt worden. Das fand ich sehr gut und es passt zu ihr. Die ist ja sehr schlau und technisch begabt. Und ja, jetzt hat sie ihr eigenes Projekt. Ja, Kira geht zur Tagespflinge. So, und jetzt spulen wir vor, bis die wieder alle von Arbeit und Schule da sind. So, Mindy und der kleine Charret sind wieder zu Hause. Charret stinkt wie Sau. Kannst doch gleich mal hier schnell duschen gehen bei dir. Kurze Dusche, dann bist du wieder sauber und dann brauchst du was zum Spielen. Ich habe ihm hier auch was gegönnt, dem kleinen Charret. Und er hat hier diese Karten bekommen. Hier Kampo hatte doppelt, dreifach der Arme. Und hier noch zwei andere Monster. Das sind sowas wie Pokémon bei Sims. Ich finde das voll cool. Ich lasse meine Kinder im Privatspruch dann immer damit spielen. Und er kann ja auch gegen andere Kinder spielen. Die haben hier dann ihre Void-Kreaturen, so heißen die. Die können die dann hier so reintun, die Karte, und die dann leveln und gegen andere kämpfen. Ja, also wirklich wie Pokémon. Darum hat er auch so einen Rucksack. Das ist auch eine Void-Kreatur hier. Finde ich toll, dass er da so ein kleines Hobby als Kind noch haben darf. Soll eine normale Kindheit haben. Ähm, ich finde dieses Bubalu lustig. Element Wasser Stärke Level 1. Verspielt das Dekor. Kampo ist auch Wasser Stärke Level 1. Und dann hat er noch Mytem. Der ist Element Erde Stärke Level 1. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Er hat zwei ungewöhnliche und ja, ein gewöhnliche. Also drei gewöhnliche. Ja, machen wir den Bubalu. Der ist ungewöhnlich. Kannst mit ihm spielen. Und die kleine Kira. Die ist müde. Brabbeln. Oh, wie schön. Du lernst ja ganz flott. Was machen der Papa? Der will hier irgendwo was. Irgendwas wühlen. Wo wirst du hier wühlen? Ach so, hier liegt Müll. Wer hat schon wieder diesen Müll dahin getan? Ja, du darfst gerne die Teile plündern. Die können wir zum Reparieren dann brauchen. Hast du es gefunden? Wegwerfen. Oh ja, hat doch sogar. So, bring es bitte nach draußen oder dahin. Mir egal. Dann gehst du schnell aufs Klo. Und die kleine Kira, die heult rum. Vielleicht magst du mit dir nochmal Bauchzeit machen? Dann ist sie ein bisschen abgelängert. Ich hoffe halt, dass sie ein bisschen müder wird. Auf der Karriereleiter wegen Mittelaufkreises. Medi verspürt den dringlichen Wunsch, im Leben erfolgreicher zu sein. Gute Nachrichten. Während dieser Krise schreitet seine Karriere etwas schneller voran. Sieh dir den Abschied Mittelaufkreises der Bestrebenleister an. Wieso schreitet das schneller voran? Wo war das denn nochmal mit der Mittelaufkreises drin? Ah, hier. Aber konzentriert zur Arbeit, ich weiß nicht, ob ich daran denken kann. Ich versuch's. Oh, die ist eingepennt. Na, wir schauen mal. Ja, du gehst mal ganz kurz duschen. Biestiger Wachstumsschub. Weil ein kleiner Werwolf ist. Das Großwerden ist schon seltsam genug. Und jetzt auch noch das? Ja, mein Lieber, wenn du Teenager bist, kannst du dich dann auch in den Werwolf verwandeln. Hier kannst du doch ein bisschen Void-Dings spielen. Hast du das eigentlich schon gemacht? Nö. Wir wollen das mal anschauen. Bang. Machst dieses hessere Platt. Sehr schön machst du das. Ui, ja. Hoffentlich gewinnst du mit deinem kleinen... Was ist das, ein Schaf? Mit dem Schnabel. Bam. Oh, ja. Sieht so aus, als hättest du gewonnen. Sehr schön, Jared. Super. Aber hat nicht so viel Spaß gemacht, wie ich gehofft habe. Da kannst du hier wild abknödeln. Dann holst du dir am besten mal was zu essen. Papa hat doch letztens gekocht. Minza ist wieder da. Hey, Minza. Oh, die Minza ist ganz, ganz doll müde. Du kannst hier mal schlafen. Du kannst hier mal schlafen. Kira muss dann auch mal gefüttert werden, so mal schauen, ob der Medi noch Bauchzeit machen will. Ansonsten darfst du sie füttern. Machen wir noch ein bisschen Bauchzeit, Kira. Ups, ich fliege runter. Ja, du schaffst das. Du bist ja unsere Kleinen. Du bist ja begabt. Du schaffst es bestimmt. Na? Schaffst du das? Den Besuch ignorieren wir, den kennen wir nicht. Oh, du weinst hier wieder ganz doll. Oh nein. Charity, lass es dir schmecken hier. Oh, du hast einen Hamburger. Lecker. Aber nicht sehr gesund. Hier im Kühlschrank ist auch Obstsalat, mein Lieber. Der hat immer noch keinen Spaß gekriegt. Magst du dann hier mal schaukeln? Ah ja, der Medi ist auch müde. Ich wollte eigentlich, dass wir heute anfangen, das Baumhaus zu bauen. Ist schon wieder Abend. Der Medi ist auch müde. Ja, danach kannst du mal Kira in ihr Bett drin tun. Hallo. Ins Bett legen. Dankeschön. So, und dann brauchst du auch noch was zu essen. Reste nehmen. Ja, komm mal hier schaukeln. Ist das besser? Den Besucher da ignorieren wir einfach. Das steht immer noch dort. Ja, da kriegst du Motorik. Sehr gut. Hui. Ui. Hui. Ich muss hier ein Bild machen, wenn unser Kleiner das macht. Sie werden doch so schnell groß. Oh, wie schön. Ich habe ganz viele Bilder gemacht. Oh, die Kleine Kira ist in ihrem Bett drin noch wach. Geh doch mal in die Haie. Du bist doch müde. Ja. Nee, nicht rumheulen. Der Papa ist weg. Der muss schlafen. Aber mach hier vielleicht den Nickerchen noch nicht ganz schlafen. Du bist ja beim Charat essen. Wie niedlich. Der ist schlecht. Wieso? Wegen Übelkeit. Oh, dieses Mangelkrummeln klingt gar nicht gut. Okay, warum auch immer ihm schlecht ist. Und der will gefühlvoll spielen. Wir müssen ihm eigentlich auch ein Fahrrad kaufen, oder? Auf einer Spielmatte muss er auch spielen. Level 3 der Motorik. Aber tu noch ein bisschen Schauken, dann kriegst du die Motorik noch etwas hoch. Ja, du darfst dich gern hinlegen. Übrigens hat es doch funktioniert mit der Post und den Elementen. Ich habe ja geschaut, nach einem Tag war es nicht da, nach zwei Tagen war es nicht da. Nach drei Tagen war es irgendwie auch nicht da. Eigentlich kommt es ja, glaube ich, immer nach einem Tag an. Und jetzt nach, keine Ahnung wie lange, schon fast eine Woche her, glaube ich, seit wir das letztes Mal gemacht haben und es nicht geklappt hat, waren die Dinger plötzlich in der Post. Ich habe die alle versucht hier einzufügen. Aber es hat nur einer reingepasst und ein solcher Würfel lag noch auf dem Dach, den ich entdeckt habe, als ich es umgebaut habe. Übrigens, das ist von einem Gewitter wahrscheinlich mal da hingekommen. Also manchmal, wenn ihr den Blitz einschlägt, hinterlässt ihr ja auch solche Dinger. Und jetzt fehlen uns nur noch drei. Nein, ja, es wird. Minze ist müde, aber du musst mal essen, es tut mir leid. Und ich weiß, du bist traurig. Reste nehmen. Dann musst du dich mal sauber machen, ja. Obwohl du bist fast am Randalieren. Du könntest eigentlich danach erstmal wild joggen gehen. Ja, dann musst du dich nicht zweimal putzen. Dann nicht Mama um Rat fragen. Tu noch schaukeln, das gibt doch auch Spaß, oder? Ui, ui, ui. Ja, bist du dran. Das ist richtig Spaß, macht es ihm aber nicht. Der Papa wird angerufen. Erik. Medi, ich habe gerade von einem Konzert im verlassenen Kaufhaus gehört. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Nichts wie hin. Ja, geh hin, Medi. Steh auf. Auch wenn du ganz müde bist. Komm, der Erik ist ein Kumpel. Mach mal was mit ihm, das tut dir gut. Ciao, Medi. Ja, ich weiß, du bist müde. Es tut mir leid. Minza, was machst du? Ah, du willst hier mit dem Obstsalak joggen gehen. Okay, mach das, Minza. Ciao, Medi. Jared, passt allein aufs Kind auf. Uhu. Ja, du hast bald Level 3. Weiter so. Schaukel, schaukel, schaukel. Oh, jetzt wird es langsam kalt. Schaffst du es noch auf Level 3? Und ja, wir haben es geschafft. Die Hu. So, kannst du noch mal schnell duschen gehen? Ja, drinnen ist es warm. So, Minza. Oh ja, jetzt stinkst du aber ordentlich. Schau, wenn du gleich hier bist, kannst du noch den Frosch suchen. Schau, und hier ist so ein Grabedings. Mach das doch bitte noch. Das Konzert von Elektro Hans war der absolute Hammer. Er hat ein wahnsinniges Set gespielt. Einmal hat er den Beat droppen lassen und die Menge ist explodiert. Okay. Schön für euch. Oh, hier kannst du auch graben. Hier war doch noch so ein Häuferin in unserer Nähe immer, oder? Ach so, die können wahrscheinlich auch so auftauchen, okay. Na gut, dann haben wir nur ein Kristall-Dings. Mitten in der Mitte of Crisis hat Medea beschlossen, dass Raumfahrttechnik sein Ding sein soll. Nein. Ja, danach, schau mal hierher, Minza. Ich will das Ding, was du gewohnt hast, den Saphir. Haben wir schon einen Saphir? Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß auch nicht, aus was das genau stammt. Das scheint ja hier... Keine Ahnung. Wir können hier einen neuen Frosch züchten. Wir nehmen was für einen Frosch. Wir haben so viele frische Herzfrosch. Das kommt sicher was Lustiges raus. Nee, ist nichts Lustiges rausgekommen. Haben wir die Dinger schon eingeschickt? Den Saphir hast du gefunden. Ja, komm nach Hause, dann kannst du die Dinger, die du da gefunden hast, mal einschicken. Wir haben hier so viele Fossile letztens gefunden. Und die verkaufen wir doch alle mal. Ein Kalkstadt hast du gefunden. Los, Minza. So, die ist verdreckt. Hier zum Gerad schicken. Ja, 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 wir können uns gar nicht. Und das hier auch. Und das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Die habe ich nicht gecheatet. Die haben wir alle gesammelt. Sie war ja jetzt ein paar Tage da, wieder sammeln. Und hier haben wir noch so ein kaputtes Fossil. So. Bisschen Geld gab es auch. Das kannst du extrahieren. Und ja, wir haben hier was gekriegt. Oh, alle Bedürfnisse rot hier. Ja, ist erstmal was. Das machst du gut, Minza. Ja, ja, du darfst dein Obstsalat herunterschlingen. Du Arme. Isst dein Obstsalat. Ja, ja, ja. Du bist krank. Schon wieder. Oder immer noch. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ähm, ja, dann musst du dich mal selber pflegen. Oh, aber erstmal fällt sie in Ohnmacht. Oh je, arme Minza. Sie ist sehr müde heute. Das Wildschocken hat nicht viel gebracht. Ja, sie macht sich sauber und dann ab ins Bett. Warum ist die kleine Charit wach? Nee. Nicht Pfützen aufwischen. Du gehst jetzt hier ins Bett. So, schön schlafen. So, den Papa muss ich wecken, weil die Kira ist aufgewacht und hat in die Windel gemacht. Musst du dringend mal wechseln. Ja, Papa wechselt mal die Windel. So, meine Stinkerwindel wird gewechselt. So, und jetzt kannst du sie auch gleich mal füttern, mit Flaschen füttern. Wir müssen mir die Charisma-Fähigkeit hochbringen. Wobei ich eigentlich gern hätte, dass er Hausmann ist, damit er für die Kinder da sein kann, fände ich eigentlich ganz schön. Ja, tu mal deinen Job suchen. Kündige deinen blöden Job. Du kannst auch zu Hause Bücher schreiben und verkaufen. Wir haben doch Windel gewechselt. Ach so, die ist so dreckig. Okay, dann musst du sie baden. Kira baden. Ja, erstmal ablegen, damit du telefonieren kannst. Musst nicht weinen. Wir kümmern uns gleich um dich, Kira. Ich sehe schon dein Gesicht. Ja, wir kündigen den Job. Es ist blöd, bei ihm zu arbeiten. Ja, wir wollen aufgeben. Ciao. Minza hatte jetzt ja einen halbwegs guten Job. So, kleine Kira wird gebadet. Du bist aber sehr schmutzig. Ja, erstmal schamponnieren wir deine Herrchen und dein Ärmchen. Und jetzt kommt die Quitschente. Ja, da freut sie sich. Oh. Das macht Spaß, das Baden. Ja, nochmal Quitsch, Quitsch. So, und jetzt ist die kleine Kira wieder sauber. Ui. Ihr geht's auch so weit gut. Gut, dann kannst du sie mal hier absetzen. So, Kira. Wir tun dich mal hier hin. Der Papa muss mal noch ein bisschen schlafen. Ja, ja, dir passiert ja nichts. Javet kann mal aufstehen, der ist sowieso einsam. Hier, spiel doch mal mit der kleinen Maus. Ja, die Eltern schlafen nämlich, die kannst du nicht. Mit denen kannst du nicht reden. Oh, dort hinten willst du mit ihr spielen? Hallo, Kira. Dein Bruder spielt mal mit dir. Oh. Beschützer-Instinkt, weil jemanden in der Nähe verehrt. Wenn sich Jared in der Nähe von jemandem befindet, den er verehrt, möchte er denjenigen beschützen und vor Übel bewahren. Oh, wie niedlich. Er will seine kleine Schwester beschützen. Ja, du spielst dir ganz schön mit der Kira. Anpusten. Tu sie mal anpusten. Oh. Ach so, Minza hat sich jetzt in den Werber verwandelt oder wird sich gleich verwandeln? Aber sie rennt schon so rum. Ich glaube, sie hat sich schon verwandelt. Ja, Mehdi hat Angst. Lauf weg. Ja, geh ins Bad. Wenn du fertig mit Dusch bist, ist die... Minza weg. Ja, jetzt verwandelt sie sich. Okay. Oh, er pustet auf die kleine Schwester. Wie niedlich. Ja, jetzt bist du ein Werwolf. Geh wild joggen. Oh. Charity muss leider zur Schule, Kira. Und der Papa hat ja Angst. Du sollst doch kurz duschen gehen, damit du dich um die Kira gleich kümmern kannst. Ja, noch schnell. Durchfall wegen Panik. Ja. Ist Minza schuld. Die Gesundheit, Kira. Warum weinst du denn? Du bist müde. Ja, komm. Der Papa tut dich jetzt ins Bett. Achso, die ist eingepennt auf dem Boden. Ja, gut. Dann lass sie. Oh, Minza hat irgendwoher Kopf hergefunden. Komm hier mal schnell auf. Du bist jetzt Hausmann. Du kümmerst dich hier um die Sachen. Dann hol dir was zu essen. Und dann kannst du noch ein bisschen fernsehen, solange die Kira schläft. So, Minza, geht's wieder gut? Ja. Sie fühlt sich schlecht. Du kannst hier wild abknütteln und reparieren. Wahrscheinlich hat sie die Dusche selber kaputt gemacht. Das Werwolf, nehme ich mal an. Post ist da. Dankeschön. Du kannst gleich mal Post holen. Und dann kannst du noch anfangen, das Baumhaus ein bisschen zu bauen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Nee, ich kann dir die Gruppe beurteilen, Minza. Medi, bei dir läuft's. Ja, du gehst jetzt essen holen und vor dem Fernseher erst mal. So. Oh, die Dusche ist ja immer noch kaputt, Minza. Wo gehst du denn hin zur Arbeit gehen? Achso, ja, okay. Wir können die Sachen nicht machen. Ich darf dich ja drunter frei. Ja, dann muss Medi sich nachher drunter kümmern. Willst du nicht vor dem Fernseher essen? Ja, genau. Weil dann kannst du Spaß gleichzeitig auch noch wieder erhöhen. So, schaust du hier Nachrichten, wie es ausschaut. Ja, sehr interessante Nachrichten da. Die Katze hat dir was vorbeigebracht. Schön, öffnen. Ja, streichelst du mal beruhigend. Dann geht der Spaß auch hoch. Er hat nicht so lange fern gesehen. Federn. Dankeschön. Tschups. Was wir da gut machen für letztes Mal. Ja, wir streicheln dich mal beruhigend. So, jetzt ist unser Spaß wieder voll. Du kannst dir gleich noch Essen geben. So, und solange Kira schläft, kannst du mal mit dem Baumhaus noch anfangen. So, ab geht's. Es regnet, aber der Papa gibt sich Mühe. Baut ja das schöne Baumhaus. Ui, jetzt ist schon das Grundgerüst da. Sehr schön. Dann kann der Charat und wenn die Kira größer ist, die können alle damit spielen. Das ist doch schön. Ja, aber dann ist die heutige Folge auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ein bisschen einen Familientag haben wir gemacht. Und Mädi ist ab sofort Hausmann. Dann wird sie ein bisschen stressfreier, hoffe ich. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und falls ihr jetzt noch spielen geht oder ein anderes Video anschaut, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020